Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben Brücken, was noch fehlt, das sind die Züge, beziehungsweise mal ein Zug, nämlich einer der Baumaterial bringt, von der Baumaterialfabrik da hinten, hier nach Ehrenberg rein. Jetzt schauen wir mal, welches Gleis da am prädestiniertesten wäre. Das oder das, würde ich sagen, ja wahrscheinlich sogar das hier hinten, das was ich eigentlich vorher gesagt habe, zum Ende hin der letzten Folge. Ja, ja, definitiv, beziehungsweise wir müssen eben hier hin. Das heisst, ja, nee, nee, ganz klar, wir müssen dieses Gleis hier nehmen. Das ist dann noch eine gewisse Strecke, das ist aber cool, da können wir wieder einen schönen Güterzug machen und danach werden wir dann relativ rasant aber zum Thema Personenzüge zurückkehren, weil jetzt haben wir relativ viele Güterzüge gemacht. Äh, hängt das zusammen oder? Ne, das legt hier noch kurz an auf dem Hügel. Hä, deswegen ist hier das Dingens weg. Das machen wir anders, das gefällt mir nicht. Wobei, irgendwie ist es nett, das hat doch was. Ähm, vielleicht noch den Hügel ein bisschen, Moment, ich nehme mal das Teil hier und mal ein bisschen was testen. Na, den ein bisschen vergrössern, dass wir eben ein bisschen mehr anlegen können oder mehr angelegt wird, automatisch dann. Ja, schauen wir mal, ich werde es gleich wieder ein bisschen einstampfen natürlich, damit wir die richtige Höhe haben. So, jetzt mal gucken, was macht das Gleis, keine Ahnung. Ähm, wir werden es gleich wissen. Kollege Gleis, bitte komm. Ja, jetzt ist hier der Abstand ein bisschen grösser, das sieht besser aus, gefällt mir besser, weil sonst sieht es tatsächlich aus, als würde hier ein Teil vom Gitter fehlen. So geht es eigentlich, finde ich. Okay, machen wir mal. Ähm, Ausrichtung wäre vielleicht noch ein Thema, sprich, wohin genau? Ja, irgendwie hier quer durch. Da haben wir Ruhe bis hier hinten und dann müssen wir da in den Bahnhof rein. Das werden wir schaffen. Das heisst, kann man so machen. Mit der Höhe würde ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten, sprich, dass wir hier so rausgehen. Noch mal schnell gucken, Ausrichtung ist okay. 120, das liegt wahrscheinlich an der Brücke. Ähm, ist aber egal, ist ja immer noch Bahnhofsbereich. Tempo wollen wir erst hier vorne. Aha. Ja, das ist ja wieder wunderbar. Auf der Seite wird es gehen. Ja, klar, natürlich. Okay, das müsste aber an der Strasse liegen. Die haben wir natürlich schnell weg. Und die haben wir auch schnell wieder dran dann. Aha, liegt doch nicht an der Strasse. Es liegt an der Brücke. Weil hier nicht aufgeschüttet werden kann. Schade eigentlich. Okay. Kappen wir das Teil nochmal schnell. Wir müssen es anders bauen. So, wenn wir jetzt zuerst dieses Gleis hier nehmen. Ähm, Hochgeschwindigkeit. Dann müsste das doch irgendwo in eine Richtung gehen. Nee, das geht überhaupt nicht. Wegen diesem, ja, wegen dieser Auflage hier. Was kann ich hier noch kappen? Welchen Bereich? Das ist mir fast ein bisschen zu viel. Aber okay. Wir müssen das Ganze ja schon so machen, dass es eben auch funktioniert. Vielleicht ziehen wir die Brücke jetzt auch durch. Wir gucken mal. Das funktioniert. Aber wie sieht es mit dem Gleis hier aus? Das ist unser Patient. Das funktioniert eigentlich auch. Auch wenn wir hier rauf gehen. Okay, dann machen wir das nochmal neu. Ziehen das aber ein bisschen zurück. Beziehungsweise, Moment, hier kommt ja noch die Strasse dann unten lang. Das heisst, wir gehen hier nochmal ein bisschen auf Höhe. Okay, das kann man machen. Jetzt ist halt die Frage. Halt, warum mache ich es denn nicht? Arg! Jetzt ist halt die Frage, ob dann das andere Gleis da auch mitspielt. Okay, das wäre wieder mehr oder weniger eins zu eins. So, wie es gedacht war. Zack, gekauft. Jetzt hätten wir das Gleis auf der Seite. Und das funktioniert dann auch. Okay, nehmen wir mit. Jetzt dürfen wir da die Strasse nicht vergessen. Die kriegen sie zurück. Was wollt ihr für eine? Ja, nehmen wir die. So, hier unten durch. Okay. Und hier wieder rein. Und dann wäre das auch wieder behoben. Wunderbar. Wie sieht es aus mit dem Hügel? Ich denke, da kann man noch ein bisschen was machen. Da werden wir wahrscheinlich auch mit den Bäumen dann mal noch was machen. So, ein bisschen so und ein bisschen so. Gefällt mir aber gut, weil es irgendwie, wie soll ich sagen, die Autobahn ein bisschen einschliesst. Also wenn man hier dann durchfährt, das sieht doch nett aus, wenn hier die Brücke ist. Hier ist ein Hügel. Und hier ist sowieso auch das Ganze aufgeschüttet. Das ist eigentlich in Ordnung. Gut. Gleis. Einmal mitkommen. Ja, würde ich aufschütten, damit das Ganze auch hier ein bisschen geschlossen wirkt. Nochmal kurz kontrollieren. Wir müssen eigentlich ein bisschen in die Richtung. Okay. Zweites Gleis. Unauffällig folgen. Dankeschön. Mal gucken, ob wir hier über die Strasse kommen. Sonst müssen wir hier halt auch nochmal kurz die Strasse kappen. Doch, das funktioniert. Wir sind auch viel zu schnell eigentlich von den Gleisen her. Ist ja ein Güterzug. Also der kann sowieso nicht so rumrasen. Wenn wir hier doch einen Berg durchdüsen, dann sind wir hier. Da müsste man irgendwie dann in den Bahnhof reinkommen. Wie wir das dann genau machen, das gucken wir dann, wenn wir da hinten sind. So. Kaufen. Ich hoffe mal, ich komme mit dem hier auch rüber. Jawohl. Wunderbar. Wie gesagt, danach gibt es dann Personenzüge. Weil jetzt haben wir wirklich viele Güterzüge gemacht. Auch wenn wir damit noch nicht fertig sind. Wir sind noch lange nicht fertig. Ganz klar. Aber ein bisschen Abwechslung kann ja auch nicht schaden. Zumal wir noch natürlich die Mod haben. Die eine, die wir im Stream genutzt haben. Nämlich den Fährhafen mit Kreuzfahrtschiffen und so weiter. Das werden wir auch mal noch betrachten. Wo wir da das Teil hinstellen. Hier, Kollege Tunnel. Finde ich okay. Machen wir das hier. Das ist jetzt natürlich auch keine Strecke, die ewig lang dauert. Also das Schwierigste war wahrscheinlich, da vorne rauszukommen. Das war wahrscheinlich keine schlechte Idee, damals zuerst die weisse Lady, also die Strecke der weissen Lady zu kappen. Damit wir frei bauen können. Äh, und das hat ja relativ gut geklappt. Okay, wenn wir jetzt bis hier hingehen. Wir müssen hier über die Gleise rüber. Wir bauen das mal bis hier hin. Und jetzt gucken wir aus dem Bahnhof raus. Wie wir da rauskommen. Okay, wir wären also hier oben. Mal schauen. Was haben wir denn hier für ein Gleis? Man sieht hier links, wir haben gerade ein Lag. Man sieht hier links, dass wir hier eigentlich noch genug Platz haben. Aber vielleicht können wir ja auch irgendwo hier drinnen rein. Machen wir kurz Pause, dann haben wir mehr Performance. Aha, hier hätten wir das linke Gleis. Das würde in dieses Gleis rein schießen. Im Prinzip müssten wir hier rüber und hier andocken. Dann könnten wir nämlich dieses Gleis hier hinten nutzen. Dann würde ich das hier mal noch offen lassen. Hier werden noch andere Züge verkehren. Dass wir hier reingehen, das gibt eigentlich nicht mal zusätzlichen Verkehr. Weil wir machen ein zusätzliches Gleis. Also wir gehen nicht hier rein. Hier haben wir schon zwei Linien. Das muss nicht sein. Sondern wir gehen hier lang. Hier um die Kurve rum. Und gehen dann hier vorne oder hier rein in diese Gleise. Machen wir so. Beziehungsweise, das machen wir jetzt sowieso von hier aus. Also, das wäre dann folgendermassen. Dass wir hier eine Weiche rausziehen. Und ich bin mal gespannt, ob wir da vorne relativ gut über die Gleise rüber kommen. Werden wir gleich wissen. Also, das geht hier hin. Jetzt muss ich schauen, wo wollten wir rüber. Das heisst, wir machen das so. Dass wir hier ein bisschen dem Berg nachgehen. Dann kommen wir hier problemlos rüber. Ob wir dann da ins Gleis reinkommen. Das ist wieder eine Frage. Die müssen wir nachher beantworten. Weil wir sind sehr, sehr hoch oben. Wir könnten natürlich auch einen Tunnel machen. Wenn wir hier runter gehen. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Wenn ich das so mitnehme. Nach hier hinten. Oh, das würde eigentlich auch gehen. Wobei, Moment. Ne, dann haben wir hier eine Kreuzung. Weil das Portal auf der falschen Seite ist. Wir müssten, wenn. Dann hier hinten irgendwie rein. Dass wir früher runter kommen. Jetzt kämen wir früher runter. Dann muss ich es länger machen. Nicht abstürzen. Ich bin nur am Üben. Liebes Spiel. Ja, das wird schwierig mit dem Portal. Wenn wir es in kleinen Schritten machen. Müsst es aber gehen. Also sprich. Die Frage ist halt, wollen wir das? Eine Brücke wäre natürlich cooler. Aber wenn wir hier eine Brücke rüber machen. Doch, das geht aber auch. Wir kommen hier eigentlich runter. Das müsste auch zu schaffen sein. Okay. Ich habe mich soeben für eine Brücke entschieden. Wir machen das. Mit Brücke. Also, hier lang. Dann machen wir das aber hier oben hin. Gehen hier noch ein bisschen höher. Zweites Gleis. Dankeschön. Da rein. Und jetzt mit einer ordentlichen Kurve. Irgendwie, Moment. So hier rüber. Jetzt natürlich noch mit einer gewissen Höhe. Ja. Müssen wir in kleinen Schritten machen. Ah, passt das hier vorne? Doch, das passt eigentlich. Das passt nicht mehr. Ah, hat mir vorher etwas besser gefallen. Was ist jetzt anders? Wahrscheinlich die Kurve. Wenn wir hier mal noch ein bisschen in die Richtung gehen. Und jetzt die Kurve machen. Ja, sieht eigentlich besser aus. Und wir hier natürlich dann noch runter gehen. Das wäre noch eine Idee. Ja, gefällt mir. Vielleicht eine andere Brücke. Ja, nicht schon wieder die. Die haben wir natürlich jetzt auch schon x-mal. Ähm. Und hier, da hängen jeweils die Pfeiler ein bisschen rein. Das würde ich belassen. Oder lassen. Ähm, ähm, ähm. Holz bringt es jetzt hier gerade überhaupt nicht. Aber dieses rote Teil. Oder wir nehmen eben das. Oder wir nehmen eben doch das. Weil das haben wir hier oben auch. Das würde gar nicht schlecht aussehen. Wie sieht das denn hier aus? Da müssen wir auch noch mal kurz das Ganze kappen. Wir bauen das mal. Gefällt mir eigentlich gut. Die Frage ist, ob wir hier mit dem zweiten Gleis rüberkommen. Das klappt auch. Na, dann machen wir das gleich. Das ist auch gar nicht lange Fragen. Wenn das Spiel uns schon die Hand reicht, dann nehmen wir die natürlich auch. Jetzt haben wir da unten das Gleis. Wir gehen hier lang und da unten rein. Und man sieht, das funktioniert. Dann hätten wir hier noch mal Brücke. Das möchte ich nicht haben. Das werden wir anders lösen. Wir schauen mal schnell, wie. Indem wir zum Beispiel bis hier hin gehen. Das so machen. Und dann das Ganze aufschütten. Mal mal schnell gucken wegen der Ausrichtung. Da müssen wir eine kleine Kurve haben. Wir können hier den Bereich natürlich auch noch mal neu bauen. Das ist eigentlich egal. Das sieht so aber in Ordnung aus. Das mache ich. Okay. Und das klappt auch. Wunderbar. Müssen wir nicht mal eine Strasse kappen. Jetzt hier reingehen. Dann eben die Brücke nicht weiterziehen, sondern hier aufschütten. Ein paar Bäume drauf. Jawohl. Gekauft. So. Zurück. Und jetzt machen wir das aber mit den Bäumen gleich. Weil sonst sage ich einfach wieder, wir machen da noch ein paar Bäume drauf. Und dann, ja, mache ich es nie. Weil wir sowieso nicht mehr hier, ähm, ich komme da nicht rein. Weil wir hier sowieso nicht mehr hinkommen. Okay. Das muss ich nochmal machen. Kommen wir da hinten rein. Werden wir gleich rausfinden. Ja, das klappt. Sehr schön. Gut. Wir nehmen mal kurz dieses Teil. Korrigieren hier ein bisschen. Das können wir hier eigentlich auf hoch stellen, dass wirklich auch ein bisschen was passiert. So. Ja. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber geschadet hat es definitiv auch nicht. Das würde ich mal so lassen. Das ist gar nicht schlecht. Aber was wir hier eben tatsächlich noch brauchen, das sind die Kollegen von der Forstwirtschaft, damit ein paar Bäume gepflanzt werden. Zack, zack. Hier haben wir hier noch so ein Teil. Okay. Hier unten könnte man eigentlich auch noch was machen. Baumvarianten. Das sind dann aber alles die kleinen. Dann machen wir hier die Baumvarianten. Tanne ist immer gut. Ein schöner Nadelbaum. Das wirkt dann natürlich relativ schnell ziemlich nach Wald. So. Hier hinten haben wir noch andere Tannen. Jawohl. Nehmen wir die noch. So. Dann sieht man diesen Hügel auch nicht mehr so. Dann ist das im Prinzip dann eher eine natürliche Aufschüttung. Mir gefällt halt auch, wie sich der Boden verfärbt. Sobald man Bäume hinsetzt, dann hat man nicht mehr dieses ewige Grün. Dass ich ja immer ein bisschen anprangere und deswegen die Schneemord zu lobe. Sondern das wird dann tatsächlich so ein bisschen waldig. Okay, das können wir glaube ich so lassen. Hier vielleicht noch den einen oder anderen Baum hin. Okay, passt. Und schon ist sie fertig, die neue Strecke. Jetzt brauchen wir hier noch... Ne, eine Weiche brauchen wir nicht, weil wir hier reinkommen. Das ist in Ordnung. Wir brauchen aber auf der anderen Seite, hier vorne, noch irgendeine Weiche. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine, die funktioniert. So, da wird aber die X-Weiche nicht gehen. Da ist die Krümmung zu gross. Aha, denkst du. Funktioniert perfekt. Ein Signal, beziehungsweise mehrere Signale, bitteschön. Nehmen wir mal dich. Ja, dann einmal hier. Und hier vorne. Machen wir mal. Ja, das gibt zwar einen längeren Zug. Wir machen das Gegensignal hier hin. Dann gibt es hier einen Block. Machen wir hier einen Block. Einfach weil wir eine Strasse haben. Dann geht das hier nach hier vorne. Dann können wir hier einen machen. Wir brauchen ja nicht 10.000 Züge. Wir schauen mal, wie viele wir nehmen. Ich würde mal sagen, vier oder so müssten reichen. So, hier noch. Und dann hier vorne. Ja, da könnte man eigentlich hier auch nochmal einen Block machen. Und jetzt hier vorne das Weichensignal. Das wäre einmal hier. Und die Gegenrichtung. Ja, haben wir eigentlich da vorne schon. Aber wir machen jetzt hier auch mal noch eins. Okay. Von hier kommt ja eigentlich keiner. Sehe ich das richtig? Oder kommt hier einer daher? Nein. In unser Gleis rein kommt in dem Sinn keiner. Dann können wir das so lassen. Sonst müssten wir hier vorne das Teil nochmal kappen. Weil wenn hier noch einer rüber will. Wobei, warum? Ja, nee. Das bringt nichts. Ich wollte gerade sagen, warum nicht eine Linie hier rüber nehmen? Aber die haben ja ein eigenes Gleis hier. Die haben nur hier kein eigenes Gleis. Das bringt gar nichts. Dann haben wir hier eine Doppelbelegung mit dem gleichen Effekt, den wir hier haben. Nö, nö. Das lassen wir. Gut. Neue Linie. Von hier, bitteschön. Einmal hier rüber. Nach hier unten rein. Und das müsste eigentlich schon zweigleisig sein. Und perfekt. Jawohl. Ist es auch. Und dann gibt das hier Baumaterial für... Ja, Ehrenberg müsste das hier sein. Baumaterial Ehrenberg. Sehr schön. LKWs kommen dann hier hin. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. In diese integrierte Ladestation rein im Prinzip. Und Züge kriegen wir hier wahrscheinlich keine. Ich wüsste nicht, wo wir hier noch ein Depot hinstellen könnten. Man könnte es natürlich irgendwie hier oben vielleicht hinhängen oder hier. Würde optisch gut aussehen. Da haben wir sogar Privatverkehr. Guck mal, auf der Autobahn. Ohne Besuchermagnet. Wird tatsächlich doch schon genutzt. Das ist ja nett. Cool, gut. Ein Depot. Haben wir denn vielleicht hier hinten eins? Das wäre durchaus möglich. Hier sind ja doch ein paar Züge unterwegs. Ja, schauen wir an. Was ist das hier? Ein Depot. Allerdings ist nur dieses Gleis hier oder dieses Depot hier funktional. Also dieses rechte. Das linke nicht. Das heisst, wir kommen hier nicht rein. Genau da, wo wir rein müssten. Wir könnten eine Weiche machen. Würde ich aber nicht. Ah, ist aber eine schöne Gegend hier mit wirklich sehr vielen Zügen. Warum jetzt hier das ganze Baumaterial nach Oberböser geht und die hier bleiben und die kriegen nichts. Also das ist mir ein Rätsel im Moment. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben Züge, wir haben LKWs installiert. Das müsste sich doch besser verteilen. Was wollen denn die mit den ganzen Steinen in Oberböser? Ja, das ist ein bisschen komisch. Müssen wir im Auge behalten. Weil ja, wir spielen zwar ohne Wirtschaftlichkeit, also sprich ohne Geld, einfach dem Spass zuliebe, der Optik zuliebe. Aber irgendwie wäre es ja schon schön, wenn Linien, die so funktionieren sollten, auch tatsächlich funktionieren. Ich weiss nicht, woran es liegt. Zumindest im Moment nicht. Aber ist jetzt eigentlich auch nicht Thema. Thema ist ein Depot. Vielleicht hier noch in den Hang rein. Das würde gar nicht schlecht aussehen. Wenn wir hier noch ein Depot reinhängen. Mal gucken, was wir alles Schönes haben. Dürfte gerne was Längeres sein. Ich weiss gar nicht, ob das geht. So von wegen Kollision und Terrain-Angleichung. Hier unten würde es reingehen. Dazwischen. Da ist eigentlich auch in Ordnung. Muss aber nicht dieses Depot sein. Wir gucken mal, was wir sonst noch haben. Das hier, das könnten wir in der Länge noch ein bisschen variieren. Und dann haben wir hier hinten noch Brücken, Brücken, Brücken. Das hier, das haben wir auch schon länger nicht mehr genommen. Das ist natürlich relativ lang. Das sieht aber dafür auch relativ cool aus, wie ich finde. So, ein bisschen sanfter drehen. Und dann passt das nämlich tatsächlich hier hin. Ich würde sagen, das nehmen wir. Ich muss aber ein bisschen rüber. Ich möchte gucken, dass das tatsächlich hier halbwegs parallel ist zum Gleis. Müsste passen. Zack, gewonkt. Hier ein bisschen vergraben. Jetzt hoffe ich, die Gleise sind nicht hier wie versunken. Ja, doch, die sind versunken. Arg, das heisst, wir kommen hier nicht rein. Hm. Mal gucken. Ja, Steigung zu gross, Steigung zu gross. Steigung zu gross. Ja, blöd. Hätte so schön hier hingepasst. Okay, machen wir anders. Ähm, das hat nochmal schnell Kappen. Anders geht es nicht. So, und jetzt haben wir es dafür ein bisschen geplättet hier. Mal gucken, ob wir das nicht anders regeln können. Wenn wir weiter nach vorne gehen. Hm, ich weiss nicht, ob das reicht. So, ich muss so schnell niesen, wie immer. Der regelmässige Zuschauer kennt das ja. Irgendwann schweige ich und dann zuckt so die Kamera. Das ist meistens, wenn ich niesen muss. Kommen wir hier auf die Höhe? Weiss es nicht. Das müsste eigentlich... Ne, das gibt wieder so eine Grube. Ne, jetzt passt. Jetzt ist es nicht mehr eine Grube. Okay, jetzt müssen wir doch reinkommen. Dann können wir da nämlich noch kurz korrigieren. Ja, jetzt funktioniert es. Okay, rein wir hier rein. Dankeschön. So, dieses Gleis noch mitnehmen. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Jawohl, dann haben wir hier noch relativ... Ja, das Ganze optisch natürlich auch ein bisschen verbessert. Das sieht einfach cool aus, wenn das Teil hier steht. Und die Züge dran vorbeidüsen. Müssen wir hier irgendwas noch an der Botanik machen? Nö. Ja gut, das sieht zwar... Also das ist natürlich wieder... Hm. Machen wir doch noch was. Ne, nicht Bäume. Ich wollte zuerst... Hier das Ganze zuerst mal so machen. Und schon ist nämlich das Hässliche da weg. Hier fliegt es ein bisschen. Das können wir nicht ändern. Aber wir können diese komischen Dinger da weg machen. Okay. Passt doch eigentlich. Finde ich in Ordnung. Gut. Vielleicht hier unten, dass man hier noch einen Riegel Bäume davor stellt. Wisst ihr, was das machen wir? Weil, dann sieht man nicht, dass es ein bisschen rüber hängt. Und diese Bäume, die haben wir dann doch relativ schnell hingestellt. Ich hätte gerne wieder meine Tande. So, das geht ratzfatz, ruckzuck. Werden wir gleich noch ein bisschen genauer machen. Hier mit diesen Bäumen. Dass wir eine kleine Abwechslung haben. So, einfach gucken natürlich, dass ich nicht ins Gleis reinkomme da. Das muss nicht sein. Hier ein bisschen variieren. So, schön, wie da oben die Züge kreuzen. Also, wem das Bäume setzen zu langweilig ist, einfach oben gucken. Da sind die Züge unterwegs. Gut. Das können wir so lassen. Höre ich da noch eine Dampflok? Ich glaube, ich höre noch eine Dampflok. Jawohl, da schnaubt sie gerade Richtung Stadt rein. Cool, gut. Dann haben wir hier noch ein kleines Wäldchen gepflanzt. Dafür sieht das Ganze jetzt so aus, als würde es halbwegs integer dastehen. Gut, hätten wir alles. Die Linie haben wir gemacht. Die Signale haben wir gesetzt. Ich würde sagen, wir kommen zum Thema Zukauf. Ich hoffe, das ist das richtige Debruch. Nehmen wir es mal an. Wir brauchen halt wieder eine Lokomotive, die auch ein bisschen Dampf hat. Also, nicht eine Dampflokomotive. Das wäre dann auch ein Schluss aus diesem Satz. Sondern eine, die halt Temporat ein bisschen. 160, würde ich sagen, ist das Minimum. 230, wow. Die haben wir natürlich schon, ist mir klar. Haben wir denn die ESO schon? Wir haben, glaube ich, A-Chip. Die haben wir hier. Ich will mal die ESO-Lock nehmen. Ich bin nicht sicher, ob wir die schon haben. Aber dann haben wir sie jetzt. Jetzt machen wir wieder die Doppeltraktion. Das gibt schwere Züge. Dann schnappen wir uns Wagen, die irgendwie ein bisschen Tempo haben. 120, ja eben. Wir könnten die anderen Wagen nehmen. Die haben 160. Irgendwo die hier oben. Ne, die nicht. Die anderen. Die haben nur 100. Warum nicht irgendwie die? Die fahren hier eh schon rum. Das sieht doch einfach cool aus. Ich mag diese Wagen. Dann drosseln wir den Zug auf die 120. Das ist okay. Auch wenn die Lokomotiven natürlich mehr hergeben. Die haben dafür auch mehr Power. Die können schneller fahren. Also schneller anziehen. Gas geben. Ähm. Okay. Müssen wir noch einstellen. Baumaterial. Da machen wir mal 200 Meter draus. Okay. Und dann haben wir gesagt, vier Züge. Okay. Linie zu. Was ist denn schön? Dieses unifarbene Rot hier. Cool. Äh. Baumaterial Ehrenberg. Und das scheint auch zu klappen. Was hier natürlich noch fehlt. Welch Fauxpas geradezu. Wir brauchen hier noch Signale fürs Depot. Brauchen wir natürlich nicht wirklich. Aber machen wir immer so. Und der kommt hier ganz weit hinten. Oh. Auch mit Licht. Eben. Ist kein Licht. Aber sieht natürlich aus wie Licht. Und das ist halt schon sehr, sehr nett. So. Wie siehst du aus, Kollege? Ganz langsam. Ja. Sehr nett. SBB, CFF, FFS. Da oben sind die anderen unterwegs. Ja. Ein richtig schöner Güterzug halt. Und hier kommt der amerikanische Kollege mit Treibstoff. Und wir begeben uns langsam auf unsere Strecke. Werden wir natürlich mitfahren. Ich würde aber sagen, ja. Sollen wir beim zweiten einsteigen? Bringt das was? Die Strecke ist natürlich nur für uns. Also da werden wir sonst nicht kreuzen. Denn ich würde sagen, wir steigen beim zweiten ein. Wisst ihr was? Wir machen folgendes. Wir werden hier hinten die LKWs noch machen. Dann haben sich da die Züge schon ein bisschen aufgeteilt. Also Baumaterial müsste in den gelben Bereich. Das wäre hier oben. Und schauen wir an. Da haben wir ja eigentlich. Ne. Das ist ein Depot. Da haben wir eine Bushaltestelle. Das ist der normale Personenbahnhof. Wir müssen irgendwo hier hin. Vielleicht können wir uns einen Gefallen tun, wenn wir jetzt nicht noch hier über die Bahn rüber gehen. Ich schaue mal, wie wir das am besten lösen können. Ich brauche die Busse. Dann brauche ich dich. Ja, da haben wir eine gute Abdeckung. Da könnte man hier einmal außen rum. Das machen wir. Okay. Linie. Neue Linie. Von hier. Bitte hier runter. Hier rein. Da sieht man auch schön die Linie, wo sie durchfährt. Wunderbar. Und das ist dann eben nicht Baumaterial, sondern Ehrenberg. Lkw. Industrie. Okay. Das passt. Haben wir hier noch ein Depot in der Nähe. Dann könnten wir die gleich mal auf die Piste setzen. Depot, Depot, Depot. Jawohl. Hier oben. Ich habe es ja vorher gerade gesehen. Und da müssen wir jetzt halt einmal mehr wieder die gängigen nehmen. Weil die alles transportieren. Was haben wir denn noch nicht? Walter haben wir, glaube ich. Was haben wir hier? Hofmann Transport haben wir auch. Das weiss ich. Daxer. Oder Euro Express haben wir, glaube ich, noch nicht. Gut. Kaufen wir die mal. So. Eine ordentliche Ladung, damit hier ein bisschen Leben in die Bude kommt. Ähm. Zack. Das hätten wir. Da kommt gerade die weisse Lady an. Könnte man auch schnell gucken. Während die Dampflokomotive hier. Ah, sehr schön. In Dreifachtraktion gerade rausfährt. Ja, hier fehlen auch noch Personenzüge. Ganz klar. Hier müsste auch noch ein bisschen mehr los sein. Dafür verlassen hier hinten unsere LKWs gerade das Depot. Steigen wir mal ein. Ich vergesse natürlich die Züge nicht. Keine Angst. Da fahren wir auch noch mit. Mit der Strecke. Die Züge. Die sind ja wichtig für diese LKWs. Denn sonst können sie da nichts abholen da vorne. Und einmal mehr wird gleich wieder gebaut. Sobald man hier eine neue Linie installiert, holen sie gleich einen Kran raus. Und dann wird gebaut, als gäbe es kein Morgen mehr. Finde ich cool. Weil so hat dann natürlich die Städte auch wirklich wachsen. So, hier haben wir die Bahn ein bisschen ausgetrickst. Indem wir eben nicht über den Bahnübergang gehen. Über den Bahnübergang, der um Gottes Willen unbeschrankt ist. Äh, das ändern wir mal noch schnell. So, einmal hier vorne. Ich hätte hier gerne dieses Stadtteil. Moment, das hat nicht geklappt. Jetzt hat es geklappt. Ja, sieht doch schon besser aus. Das ist nämlich lebensgefährlich. Wenn hier noch so ein Huggel ist, man sieht ja nichts. Gut, LKWs düsen rum. Da kommt schon wieder eine Weisse Lady. Also, die Linien selber, die sind in Ordnung. Was die Taktung angeht, dass wir eben viele Züge haben. Aber hier verkehren hat noch nicht so viele Linien. Das sind wahrscheinlich zwei. Sprich, die Weisse Lady und dann hier Kollege Dampflokomotive. Die da oben. Ähm, wo düsen die eigentlich hin? Wir müssen nach da vorne. Ich muss mal schnell gucken. Ach, nach Oberböser. Ja, wohin sonst? Da passen sie natürlich auch hin. Cool. Schon auch ein schöner Zug. Gut, aber ich würde sagen, jetzt Züge haben wir gesehen. Aber ich möchte eigentlich doch irgendwie ein bisschen, möchte ich ja noch hier rumfahren. Einfach weil wir in Ehrenberg auch noch nicht allzu viel unterwegs waren. Und das ist auch so ein cooles Städtchen, was so einen Bergrand gebaut wurde. Dass es immer ein bisschen schön rauf geht, runter geht. Nicht allzu gerade ist. Deswegen möchte ich hier in Ehrenberg auch wenigstens noch kurz fahren. Und dann werden wir aber das Fahrzeug wechseln. Und da hinten zu den Zügen gehen. Da müssen jetzt eigentlich alle bald raus sein, würde ich mal behaupten. Das Geräusch von den LKWs ist halt auch klasse. Genau so klingt so ein Teil. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Wenn man dahinter herfährt durch die Stadt durch, dann stinkt es auch noch zusätzlich. Da können wir froh sein, dass es Stinke-Spiele noch nicht gibt. Also Spiele, die im Prinzip noch einen Geruch ausstrahlen. Das wird es wahrscheinlich jemanden geben. Würde mich nicht wundern. Wenn es dann am Stuhl rüttelt, ein Gestank rauskommt. Oder kann ja auch ein Geruch sein. Muss ja kein Gestank sein. Äh, sag mal, hier geht es aber rauf. Heiliges bisschen. Das ist aber eine coole Perspektive. Und dann eben ein VR-Helm dazu. Ja, dann hat man dann alle Sinne etwa abgedeckt. Und dann funktioniert VR auch. Ja gut, ist ein anderes Thema. Aber VR funktioniert bei mir persönlich aus zwei Gründen nicht. Noch nicht. Erstens ist es mir zu pixelig. Ich habe es mal ausprobiert. Und zweitens, es ist halt nur ein Sinn, der angesprochen wird. Der Mensch hat dann doch mehrere Sinne. Eben, Geruch und so weiter, Tasten. Das müsste natürlich alles auch noch funktionieren. Da, guck mal, wer da daherkommt. Das ist unser Zug. Jetzt schauen wir aber schnell, ob wir hier hinten nicht noch einen haben. Doch, der startet gerade. Bist du der Richtige? Jawohl, esso. Wir steigen ein. Und dann geniessen wir die Fahrt hier auch noch. Dann haben wir alle Fahrten eigentlich mitgemacht. Und das möchte ich auch definitiv so beibehalten. So, einmal rüber. Genau. Und dann Gas geben. Dann kannst du auf 120 beschleunigen. Hier nicht versehentlich rechts abbiegen. Das wäre fatal. Da ist die Tür zu. Und jetzt müssen wir eigentlich auch mit Kollegen kreuzen können, die hier entgegen kommen. Und freie Fahrt sollten wir eigentlich auch haben. Wir haben genug Signale. Und die Strecke hat auch genug Länge. Aha. Die sind leistungsstark. Die Lokomotiven, das merkt man. Die geben hier ordentlich Zunder. Schön hier rüber. Jetzt haben da unten aber die Züge ein bisschen gefehlt. Schade, dass da nicht gerade einer dahergekommen ist. Aber man kann ja nicht alles haben. Da kommt einer daher. Einer von unserer Linie. Schön mit Licht. Licht in Anführungszeichen. Cooler Zug. So in Rot. Das hat natürlich schon auch was. Wenn die Züge einfach einfarbig sind. Inklusive Lokomotive. Finde ich sehr nett. So, Tunnel. Ist aber relativ kurz. Das geht ja nur unter dem Wald durch. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, da kommen wir nämlich schon wieder raus. Und wir haben die 120. Das ist natürlich auch kein Ding. Mit zwei so leistungsstarken Lokomotiven in Doppeltraktion funktioniert das auch. So, Kollege Leek. Da muss die Stadt eingelesen werden wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Ach, der Performance Patch. Ich bin ja schon gespannt. Irgendwann im März hiess es. Das ist nicht mehr ewig. Da bin ich echt drauf gespannt. So, weil also, ja. Ihr kennt ja meinen PC. Und die, die ihn nicht kennen. Bitte mal kurz gucken. Auf dem Kanal gibt es ein Video. Mein neuer NASA Rechner. Mal gucken, was das Teil für eine Hardware hat. Was das gekostet hat und so weiter. Und ja. Es wäre halt schon schön, wenn man dann sein Lieblingsspiel mal noch flüssig spielen könnte. Auch wenn man halt ganz viele Linien hat. Das ist schon wirklich ein Wunsch von mir. Mal gucken, ob er in Erfüllung geht. Ich glaube, wir warten ja alle. Mit Sehnsucht auf diesen Patch. Alle, die das Spiel spielen. Und wir haben alle die gleichen Hoffnungen. Weil natürlich, ja. Wenn der Rechner schwächer ist, dann ist die Leistung oder die Performance des Spiels auch nochmal ein bisschen schwächer. Also viel besser wie hier geht es wahrscheinlich gar nicht, weil auf der Rechner halt wirklich gut ist. Das kann ich ja bedenkenlos sagen. Er ist gut. Er war auch teuer. So, da kommt der Kollege. Aber gleich haben wir grün. Und dann können wir hier unter der Strecke der weissen Lady unten durch die Bahnhöfe abschliessen. Das werde ich noch kurz. Da hinten sehe ich doch tatsächlich die LKWs, die wir installiert haben. Sehr schön. Das funktioniert also auch. Dann kriegen die hier Baumaterial. Jetzt ist aber noch die Frage, wo ist das Problem bei dieser, ja nicht bei der Baumaterialfabrik, sondern bei dem Bahnhof da. Das war einfach nur für Oberbösa. In rauen Massen Baumaterial bekommen und für die anderen Städtchen nicht so. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Werden wir uns ansehen. So, jetzt werden wir hier aber nochmal kurz gucken, wie der rausfährt. Weil ich möchte sehen, wie das aussieht, wenn der hier unter dieser Konstruktion durchdüst. Das sieht mit Sicherheit relativ nett aus. Jetzt muss ich nur noch eine gute Position finden. Ist noch nicht fertig, keine Angst. Wir gehen nochmal schnell gucken da hinten. Aber das muss man sich ja schon auch nochmal kurz gönnen. Schön. Wenn wir drehen. Ja, dann verschwindet er da hinten auf der Brücke. Auch nett. Okay, wir gehen nochmal schnell schauen. Hat sich hier irgendwas reguliert, von wegen, dass das ein bisschen eine schlauere Verteilung gibt hier? Oder bleibt das jetzt so, dass einfach Oberbösa in Baumaterial erstickt? Und die anderen Städte bekommen nichts. Wirkenhügel ist neu. Ehrenberg ist neu. Ja, Frankfurt und München. Die haben wir jetzt schon länger. Also die kriegen auch ein bisschen was. Dauert das so lang, bis das hier irgendwie ankommt, dass die auch Baumaterial haben wollen? Ah, schau an. Jetzt kriegt Ehrenberg den ersten Ziegel. Das ist ja schön. Lebensmittel Birkenhügel. Äh, die kommen wahrscheinlich hier an. Also die können hier nichts haben, sondern das ist eine Linie, die hier ankommt und eben logischerweise Birkenhügel Nahrung bringt. Okay. Ja gut. Wir müssen einfach Geduld haben. Anders geht es gar nicht. Was wir hier jetzt ganz kurz nochmal machen. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja, doch. Die Zeit haben wir. Wir werden hier wegen den Bussen schauen. Ich sehe jetzt gerade, dass wir hier auch wieder relativ viele Leute haben. Allerdings, die Busse sind okay. Was wir machen ist, wir nehmen noch ein paar Busse dazu. Ähm, hier oben. Da haben wir ein Strassenfahrzeugdepot. Einmal hier, einmal hier. Mal gucken, ob ich die gleichen erwische. Ist eigentlich egal. Das waren irgendwie so die weissen. Waren es die hier? Wahrscheinlich nicht, aber wir nehmen die. Das ist ja eigentlich egal. So, das müsste reichen. Und dann gibt es hier Bus, Birkenhügel. Zack. Und dann kommen sie daher. Und dann sollten wir das hier auch in den Griff kriegen. Mal gucken, wie die so aussehen. Jawohl, auch sehr nette Busse. Ganz klar. Sehr schön. Weiss ist eh immer eine schöne Farbe. Die hat mir früher nie wirklich gefallen. Ich war immer so eher der Typ für schwarz. Aber mittlerweile finde ich weiss doch relativ schön. Gut. Ich würde sagen, wir haben einen Päuschen, liebe Freunde. Wow, hier die Anzeige ist nicht schlecht. Überall haben wir Sachen. Wunderbar, sie müssten nur vernünftig verteilt werden. Ja, das wird vielleicht schon noch. Sonst müssen wir gucken, ob wir Baumaterial oder Böser irgendwie was ändern, damit es sich besser verteilt. Und danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir sagen Tschüss mit unserem neuen Zug. Tschüss. Macht's gut. Bis hoffentlich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.